Hi Schatz Danke sehr, ich bin gerade am Aufnehmen Meine Freunde, packen wir erstmal hier Essen hin Heyo Leute, herzlich willkommen zurück zu Titan 2 mit dem Kalle Neue Motivation, wuhu Ja, wui Ich geh jetzt rauf, Basti Ich join auch auf dem Server Ich sag auch zu meinen Zuschauern Hey, 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 hallo Leute und willkommen zurück zu Titan 2 Ich stehe jetzt hier gerade vorm Linkportal Also ich drück auf Respawn Wir sind auf jeden Fall, wir sind jetzt noch Alter, es leckt in der Mitte Ja, ja, ja Okay, wir sind noch 120 Sekunden geschützt Ey, lass mal hier in die Kisten gucken Oh, ich hab im Safe Inventar Hab ich einen Dia und acht Titan Crystal Oh, geil Oh, wir können uns neulich weitermachen Okay, gut, gut Kalle, was hast du denn für den Skin? Ja, den hab ich geschickt bekommen Und zwar, hey, komm mit LogSkin Ja, hallo, hast du mich nach Copyright gefragt, ne? Ah Komm jetzt mit Das ist geil, egal Oh, guck mal, da sind wir das letzte Mal gespawnt Hier Ja, lass nicht in die Richtung gehen Ja, ja, lass in die Richtung da hinten Oh mein Gott, warum lag das bei mir so? Das lag bei mir nicht Komm jetzt einfach mit Alter, bei mir hab ich übelste Probleme gerade Oh mein Gott, ne Spinne Ne Spinne Ja, danke Ich baue Holz ab Oh man Ich pick ne Spinne Alter, Kalle Okay, ähm Letzte Folge Sind wir gestorben, ne? Ja Ihr wisst Bescheid Oh mein Gott, hier ist Weizen Oh mein Gott, hier ist Weizen, geil Echt? Mitnehmen und anpflanzen So Oh, Kalle, ich sitze fest So, okay Okay, jetzt leckt es bei mir auch nicht Ich meine, hier geht es runter Okay, alles gut, alles gut Ich höre hier irgendwo einen Zombie Ja, ja, ähm, 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 hast du das Weizen mitgenommen? Ja Warte mal Hm 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 Oh, da geht es hoch Da geht es da um Gucken wir mal, ob wir hier noch irgendwas finden, was Kisten-Technisch oder so Ja, ja, ich schau gerade und das so Wir sind auf jeden Fall Werkbänke, wir brauchen also keine Craft mehr Hä? Warum ist hier? Bist du denn jetzt? Ich bin irgendwo in so einem Haus Das hilft mir jetzt gerade weiter Ja, ja, Moment Ich baue hier noch ein bisschen das Zeug ab So, ey, Mann, Kalle Ey, Basti, ich sehe dich wirklich nicht mehr Ich sehe auch deinen Namen nicht Ja, okay Entweder bin ich zu inkompetent oder ich weiß nicht Ja, jetzt warte kurz Ich baue gerade hier ab Kalle, hier, guck Guck, ich bin hier Ah, da bist du Ja, so Da ist Weizen Und Karotten Oh, ich habe Karotten So Ich mache uns jetzt erstmal, ähm, ähm, eine Spitzhacke Und dann machen wir uns Öfen Oder liegen hier irgendwo Öfen rum Sehst du hier irgendwo einen Ofen? Ich gucke gerade mal Ich weiß es aber nicht Guck mal, ob du einen Ofen findest Aber hier gibt es bestimmt Öfen oder sowas Ist das eine Werkbank? Ich habe im Safe-Inventar, habe ich 20 Zitrinen Gut, da können wir uns auch eine Rüstung machen Okay, ich sehe jetzt hier nur eine Werkbank Warte mal, hier geht es noch hoch? Ja, stimmt Vielleicht ist es da oben Da war ich vorhin Ist da ein Ofen an der Seite? Jetzt hier kein Ofen Aber Kessel können wir ja mitnehmen eventuell Ne, wir kommen eh nicht zum braunen Color Wir müssen uns komplett neu ausrüsten Warte mal Hier ist ein Ofen Hier ist ein Ofen Ah, okay, gut Brauche ich jetzt noch Brennmaterial Warte Ähm Hey, zum Glück funktioniert das mit diesem Safe-Inventar, gell? Das ist, das ist echt Also das nächste Mal werde ich das jetzt auch machen Vielleicht jetzt auch ein Safe-Inventar Ähm, magst du mir eine Spitzhacke machen? Ich baue dann hier schon mal ein bisschen Kobbel ab Oder einfach droppen Warte, warte Hier, äh, kurz haben Oh man Dann machen wir uns jetzt Hast du wieder eingesammelt Oh, sorry Muss ich mal kurz umdrehen dafür Also Okay, Holzkohle habe ich So, so Ups So, gut Jetzt, äh Fuck, man Wir brauchen Eisen Um das Zitrin zu Dingsens Aber ich habe zum Glück noch 19 Eisen So Oh, gut Oh, ich bin noch eine Etage höher Was wir hier noch so haben Hier haben wir Betten Wollen wir Betten noch mit abbauen? Wozu denn? Ja, brauchen wir nicht, ne? Stimmt Ja, eben Okay, warte Oh man Mal noch weiter nach oben Alter, die Häuser sind ja aber auch ein bisschen Ein bisschen, äh, verwirrend, ne? Ja Ich brauche jetzt 8 Eisen Ich habe nur Eine Uhr eingesammelt Uh, eine Uhr Wir haben gewonnen Wir haben gewonnen Kalle Wir haben eine Uhr Wir brauchen jetzt erstmal wieder eine Diamantspitzhacke, ne? Aber wen? So Wir brauchen mich wieder Obsidian Weil das Obsidian hat ich mich vom Zaubertisch So, okay Zack Oh, wir haben gleich den Ofen Komm, wir bauen uns hier oben einfach eine Base Oh, hier ist noch ein Ofen Oh, okay Wir haben hier keinen Cobblestown, richtig? Sondern nur den blöden Rotz Geh mal kurz runter Und bauen ein bisschen Steine ab Okay, okay, okay Darf man am Spawn überhaupt abbauen? Na ja Warum nicht? Das wäre ja behindert So Okay Der ist verfolgt Von? Von Viechern Achso, Gott Pass auf, nicht, dass sich noch irgendwas einloggt Irgendjemand Ja, ich kann leider nicht mehr sprinten So Und zack Okay, ich mach jetzt den, ähm Den Eisenofen Gut, ich baue Koppel ab Damit wir uns gleich wieder Steinschwerter machen können Damit wir wenigstens ein Demi geschützt sind Ich hab den Eisenofen Obwohl, nee Du machst ja Ach nee, wir brauchen ja Wir brauchen ja zwei Dias pro, äh Einen Dias pro Schwert, ne? Oh, drei Nee, zwei Dias pro Schwert Zwei Dias pro Schwert Ja, ja Wir haben nur einen, ne? Das heißt, wir müssen unbedingt Dias sammeln So Und jetzt kommt hier erstmal Zitrin rein So, das Zitrin wird gebrannt Alles schön und gut So, dann brenne ich im anderen Ofen Ich würde jetzt auch sagen, Masti Ich würde jetzt auch einfach sagen Dass wir es ja am besten so machen Wir rennen jetzt gleich einfach weg Nicht so nah an der Mitte Warum? Wir rennen jetzt einfach gleich Weiter weg Und da bauen wir es dann runter Und bauen wir es dann unter der Erde rum Weil ich wette, die meisten haben sich in der Nähe der Mitte runter gegraben Glaubst du? Glaube schon Mhm Aber überleg mal Die, ähm, Two Epic Buddies Ja, die hätten auch Die müssten auch aktuell gewesen sein wahrscheinlich Also knapp aktuell Ich weiß es nicht Wären die nicht da gewesen Weil die Folge kam heute raus Das heißt, die waren dort auch da, ne? Mhm Überleg dir das mal Die waren dort auch Das heißt, die haben wahrscheinlich bei dir die Folge gesehen Und haben gesehen Ach du die Die sind ja da, wo wir sind Komm, wir töten sie mal Ja, kann gut sein Sonst wird es ja nicht passen Sonst wird es ja nicht passen So, sollen wir Zitrin Rüstung machen Oder uns erstmal Zitrin Schwerter Ne, das bringt nicht Ich wollte sagen, die Rüstung wäre besser Auf jeden Fall Zumal auch jetzt, weißt du Weil jetzt haben wir wahrscheinlich Viele, mehrere auch, äh, Effekte Ja, ja Dann machen wir uns die Rüstung So, hier Ich mach Ähm Ich hau mal Ich mach mal Ich mach mal Ich mach mal Holz ab Und machen wir uns dann schon mal Steinschwerter, okay? Oder Äh, nee Eisenschwerter können wir machen Du hast ja genug Eisen, oder? So, äh Eisen Ich hab noch kein Eisen Noch nicht genug Äh Gebrannt Warte Aber ich kann Eisen hier rein machen So So Okay Dann mach ich uns mal zwei Eisenschwerter Ja So, ich, äh Warte mal Wir haben 20 Stück Wenn wir zwei Chestplate Ne, bringt nichts Warte mal Doch Wir machen uns zwei, ähm Chestplates von Zitrin Ja, bitte Das wär geil Hast du dein Zitrin Hast du Hast du nicht auch Zitrin gehabt? Hast du das nicht ins Safe Inventar? Nein, nein Ich habe noch gar nichts ins Safe Inventar gemacht Warum denn nicht, Kalle? Warte, wo ist das überhaupt? Ich hab das noch gar nicht entdeckt Och Drückst I Und dann dieses Schwert oben Oder E Hier passiert nix E Achso So Mann, Kalle Wir hätten so viel Zitrin retten können Wir haben noch so viel gehabt Ja, ich weiß Egal, egal Für das nächste Mal weiß ich Bescheid Ich packe jetzt nachher Alles, was wir An guten Sachen haben Die wir gerade nicht brauchen Packe ich ins Safe Inventar Ja Oh Mann Hast du die gerade Eisen rausgenommen? Ja Ja, werf mir mal eins zu Dann mache ich jetzt dir ein Schwert mit Warte Hier, Achtung hinter dir ist ein Zombie Hey, wo kommt der her? So Hier, ich hab's ring gedroppt Okay, danke dir, Bro Bitteschön So Ich mache jetzt uns noch Zwei Spitzhacken Ja, warte Eine kann ich mir machen Oh, warte Okay, ich mache nämlich Eine Steinspitzhacken Deswegen So Mach dir auch eine Steinspitzhacken Ja, mach das mal Bitte sehr So So, ich würde sagen Dann lass mal langsam los Hä, warum? Das Zitrin brennt noch Achso Oh, okay Daher stimmt Das dauert ja ein bisschen Wir haben ja keinen Diaofen gehabt Oder haben wir auch keinen mehr Und außerdem Also, dann mache ich dir noch Die Chestplate Ich gucke gerade noch ein bisschen Nach Kisten Ob hier noch irgendwo was ist Aber Die ganzen Kisten sind alle leer Oh, ich hätte einfach Schnell hingehen müssen Und Es schnell speichern müssen Bevor du gestorben wärst Ja, ja Hätte ich aber auch machen müssen Am besten Aber egal Aus Fehlern lernt man, wie gesagt Passiert Wäre ja schlimm Wenn wir alle allwissend wären Ich glaube dann Würden die Welt nicht so Auch wie gesagt Ich habe jetzt noch Eine Eisenspitzhacke gemacht Ich kann dir gleich Eine Zitrinen-Chessplate noch machen Ich habe jetzt den Ofen eingesammelt Ich gebe den Ofen hier hinten Nämlich auch mit Dann können wir nämlich später Nachher schneller machen Ich mache dir die Chestplate Danke sehr, danke sehr So Und dropp sie dir hier hin So, da liegt sie Und der Ofen Ist eh leer So Dann nehme ich das Ja, ich mache den gleich Im Safe-Inventar So Hier sollten wir nicht runterspringen So, so Okay Okay, gut Warte Kommt man da nicht runter, Kalle? Ne, ist zu hoch Ist zu hoch Ah, okay Ja, wir sollten mal runterlaufen Ist die Leiter? So, und jetzt Einfach nur weg Ich weiß nicht, ob wir jetzt Hier rauskommen Boah, was ist das hier für ein Oh, hier oben Ist ganz viel Koppel Bone Meal Dem Koppel mit auf jeden Fall Ja, ja, ich habe alles mitgenommen So Hier, guck mal Ab auf dem Baum So, okay Dann gehen wir mal einfach in die Richtung, oder? Ja Ich habe auch Hoffentlich haben wir unten Wasser Weil, wie gesagt, ich kann nicht mehr sprinten Gar nichts Ja, willst du eine Karotte haben? Oh, das wäre super, wenn du mir eine Karotte geben könntest Ja Mal kurz gucken, ob hier noch eine Kiste ist Ich sehe hier nichts Ist da unten Wasser? Guck mal, da unten ist Wasserkalle Seht ich nicht Ja Das wäre jetzt hart, so, weißt du? Das wäre richtig hart So, wir sind auf jeden Fall Ich glaube, das letzte Mal sind wir komplett auf der gegen Die überliegenden Seite raus Komm Nicht gleich hier runter Da vorne sind Schafe, da vorne sind Schafe Da vorne sind Schafe Ich sehe den nicht Bisschen rechts, bisschen rechts Ah, da Ich sage ja, lass mal ein bisschen rumlaufen Wir brauchen mehr Essen Das letzte Mal hatten wir auch wenig Essen Ja, wobei es eigentlich relativ gut geklappt hat Oh, hier, guck mal, noch mehr Schafe Oh, geil Jawohl, gut essen Oh, du kannst sprinten, ich nicht Oh Willst du noch eine Karotte? Oh, das wäre super So, hier Hast du die Karotte? Ja, habe ich So, komm, Moment End Essen Da vorne ist ein Creeper Lass uns wieder Oh, hier noch mehr Schafe Und hier Kühe Äh, Kühe Ups, nicht Schafe Ist Friendly Fire off? Ja, oder? Ja, wir können uns nicht schlagen Wir können uns nicht schlagen Das ist gut Wollen wir uns da hinten in den Berg reingraben? Also ich würde jetzt erstmal sagen Lass wirklich noch ein bisschen rumrennen Da hinten sind noch Schafe Noch zu nah am Spawn Ich würde wirklich weiter weggehen So Wo bist denn du? So Seh dich jetzt gerade nicht Lass noch ein paar Bäume fällen Ja, von da hinten ist irgendwas Lass mal da hinten gleich mal gucken Wo? Oh, lol Da ist irgendwas Hast recht Es ist auch mal schön zu sehen Wie die Map Weil die ganze Zeit nur am Boden verkriechen Das ist zwar sicher Ja, aber So wäre es auch mal schön So können wir ein bisschen gucken Ja, aber das ist nicht Sinn des Spiels Ich weiß Ich weiß Ich weiß Aber nebenbei Wer weiß, was hier gute Sachen sind Eventuell Hier hat jemand was abgebaut Aber Nice Wurde des Königs Habe ich jetzt eingesammelt Bruchstein Rohes Hühnchen Was? Welber Farbstoff Oha Hier ist eine Lederrüstung Die ziehe ich an So Ich habe jetzt eine pinke Lederrüstung Guck Yeah Und hier ist noch eine Kiste Oh, was ist da drin? Oh mein Gott Was? BNT Lapis Lazuli Oha Und ein Schwert mit Sharpness 2 Ja, nehmen wir einfach mal mit So Zuckerrohr Hallo Kalle Netherwards Das Hier Das Holzschwert hat mehr als Äh Als Dings, ne? Hier ist auch noch eine Kiste Und Goldapfel Kalle Goldapfel Geil Geil Hä? Das hier ist ein Friedhof Warum Oh Scheiße Warte Hi Schatz So Hi Schatz Danke sehr Ich bin grad am Aufnehmen Meine Freundin Pack mir erstmal hier Essen hin Warte mal, hier geht's rein Ich hoffe, dass hier keine Falle ist Ich gehe vorsichtig Ich hab das bei Domse gesehen Da war eh schon einer drin Oh mein Gott Basti, ich weiß nicht Soll ich diese Kiste Wir werden auch mit Kommando-Blocks Manchmal gemacht, glaub ich, ne? So Da ist nichts Besonderes drin Außer Leder und Schnittchen Ja, ne, da mitnehmen Leder mitnehmen Für die Bücher Ich hab das bei Zum Beispiel am Morgen Hab ich das gesehen Der hat eine Kiste geöffnet Und unter ihm ist einfach mal alles weggegangen Und hat einfach mal eine Eishöhle unter sich gehabt Aber ohne TNT, weißt du? Das ist ganz komisch gewesen Ich keine Ahnung, was da war Ich esse jetzt dieses Rindfleisch Ohne gebraten Weil sonst wär ich Nein, pack rein Pack rein, pack rein Komm Okay, okay Zack Auch rein Ich pack auch rein So Okay, hier war auch jemand Schallplatten, gut Die Schallplatten können wir Komm, wir könnten uns mit dem einen Diamant Könnten wir eine Jukebox machen Super Dann können wir Musik hören Ja, super Doch, Kalle So, wir werden jetzt gleich gekickt, Kalle Boah Mann, 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 Mann Nehm schon mal mein Fleisch raus Nimm dein Fleisch auch raus? Ja, ja, hab ich Wir sind gekickt worden Na, egal, Leute Wir sehen uns in der nächsten Folge, Titan Haumlich überleben wir jetzt Schallplatten Wir werden jetzt auf jeden Fall gucken Wir haben ja vorher ein bisschen anders aufgenommen Wir werden jetzt vorproduzieren So, dass das alles ein bisschen besser läuft Und wir weniger gefunden werden Das heißt, wir werden uns auch nicht mehr lange an einem Ort auffallen So, aber auf jeden Fall Tschüss Sind wir jetzt weg Wir wünschen euch was Auf Wiedergeschauen Wir werden jetzt auf Wiedersehen Vielen Dank.